Hallo lieber Ex-Feuerwehrmann! Ich weiß leider nicht deinen richtigen Namen, aber ich möchte dir Mut machen. Ich weiß, dass dir schlimme Dinge widerfahren sind und dass du, glaube ich, ja ganz, ganz schön viel durchmachen musstest und noch durchmachen musst. Aber weißt du, das Leben muss weitergehen, egal was ist. Und ich möchte dir einfach ganz, ganz viel Energie und Kraft schicken und wünsche dir einfach das aller allerbeste. Und vielleicht sieht man sich ja mal persönlich und dann können wir vielleicht das ein oder andere Wort miteinander wechseln. Aber vielleicht kann ich dir auch mit diesem kleinen Video jetzt schon, wie gesagt, ein bisschen Kraft spenden. In diesem Sinne, alles Liebe, alles Gute, deine Stefanie Hertel. Hallo liebe, liebe wunderbaren Video-Genießer, liebe Exkursionsmenschen, liebe Entdecker, liebe Abenteurer. Wunderbar. Einen guten Tag, hier ist Ex-Feuerwehrmann und ich möchte natürlich gleich mal erklären, warum Stefanie Hertel im Vorspann ist. Folgende Idee, folgende Sache. Ich bin gerade aufgestanden, befinde mich in der Wohnung in Europin, der Familie, die ist natürlich arbeiten an einem Montag. So bin ich vom Dachboden nach unten geflutscht und konnte mich dementsprechend fühlen als ganz normale Menschen. Nun, Stefanie Hertel, erst einmal danke für deine Nachricht. Ja, mir geht es schon besser. Die Depression ist immer noch da. Aber wie du es schon sagst, wo die Sonne ist, ist auch das Universum. Und das Universum ist sehr kalt, aber Liebe macht es warm. Man reibt sich mit der Liebe durch die ganzen Planeten durch, an der Sonne vorbei. Man braucht die Wärme der Sonne nicht, wenn man überhaupt die ganze Liebe in sich spürt, wie sie da ist. Jeder hat Liebe, jeder braucht Liebe, jeder schenkt Liebe. Und Stefanie Hertel, ich sende dir Liebe, gedickte Liebe, wunderbare Liebe, schmackhafte Liebe, köstliche Liebe. Hab dich immer bewundert, mischt dir beim Rost und den ganzen Backaluken. Wirst du eine gute. Danke, danke, nochmal danke. Und tschüss. Jetzt jedes, jede Folge, die ich mache, wird eine Intro daraus bestehen, dass ein Mensch etwas Gutes wünscht oder mich ankündigt oder irgendwas. Ihr würdet die Menschen kennen. Sie sind aus meinem Dunstkreis nicht, aber ich ziehe sie hinein. Ganz einfache Angelegenheit. Ich kann es, denn ich habe die Macht des Ex-Feuermanns, was auch immer diese Macht bedeutet. Aber jeder Mensch besteht aus Impulsen. Ich gebe Impulse raus, ich nehme Impulse an, ich vermarkte Impulse, ich verbinde Impulse und ja, ich vergrößere die Impulse. Ich ziehe manche Impulse zusammen, dadurch ist es ein viel größerer Impuls. Mein Hals heute auf dem Dachboden ist Linoleum ausgelegt. Ich lag die ganze Zeit drauf, hab mir wahrscheinlich die ganze Lunge verätzt mit dem ganzen chemischen Kram. Dementsprechend geht es mir heute halstechnisch wieder nicht so gut. Letztens war es das Rapsfeld, jetzt ist es Linoleum. Übrigens, wenn ich so mache, dann kommt auch was raus. Das mache ich dann meistens, schiebe ich das hier so durch und kann es einfach abseilen. Gut, dass es nicht sehr, sehr hart ist. Es ist immer noch schleimig und so kann ich es gut abgrabbeln. Schlimmer wäre es natürlich, wenn das hier überall hängen bleibt. Da achte ich drauf, bürste nach, das ganze Programm. Ja, neue Woche hat begonnen. Ich warte auf einen Geldeingang. Wenn der Geldeingang vollzogen ist, werde ich meine Füße, meine Hufe nehmen und in Richtung Süden. Schön Richtung Süden. Natürlich auf meine eigene Art. Habe auch versucht, dass ich mich irgendwie maskieren kann. Habe überlegt, ob ich Zeitungsschnipsel nehme und mir die Augen aus den Zeitungen, also vorne vom Deckplatz und die Gesichter groß, ein großes Gesicht ist da drauf. Ich schneide mir die Augen aus, klebe mir die irgendwie unter oder drauf, Mütze auf und natürlich dann auch Sonnenbrille und vielleicht wäre das anders und ich würde nicht auffallen. Ich muss dann noch mal überprüfen, ob das irgendwie machbar ist. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wird auf jeden Fall eine gute Roadtour. Ich muss es auch mal machen, dass ich mehrere Sachen zusammenschneide und einander pflügge. Denn wenn ich unterwegs bin, da eignen sich Sachen. Da rechnet keiner mit. Da rechnet keiner mit. Und ich auch nicht. Und das sieht man eben nicht in meinem Gesicht. Aber ich werde euch natürlich mitteilen, hey, ich bin überrascht. Ich weiß ja, dass ich kommunizieren muss. Jetzt zum Beispiel bin ich sehr, sehr guter Laune, denn ich habe die Stefanie Hertel Kraft. Bevor ich das Video bekam, hatte ich keine Kraft. Da war ich impulsleer. Auch man kann Impulslehre ja auch selbst herstellen durch Meditation. Dann gibt man gar nichts, nimmt auch nichts. Man ist also im Ruhezustand und der ist sehr heilsam. Aber dann geht es wieder los. Sobald die Augen wieder auf sind, du dich konzentrierst. Allein Konzentration ist ein Impuls. Bewege ich meine Hand heute so doll, so viel. Ich muss untermalen. Naja. Sonne, Wetter, Touristengefahr. Morgen, Wetter, auch gut, Touristengefahr. Ich muss hier weg. Ganz eindeutig. Neuruppin steht Gott sei Dank nicht auf dem Touristenziel-Kalender auf Platz 1, sondern auf Platz 220. Und dementsprechend geht es ja noch. Aber Gefahr ist Gefahr. Und ich bin gefangen. Ich bin eigentlich überall gefangen, wo ich bin. Versuche mir die Ausflüchte hinzubekommen, habe ein Mauseloch überall, gucke hinaus, beuge, erkenne meine Chancen und dann Flippi-Flop. Aber die Chancen sind rar gesät. Rar, rar gesät. Wollte ich noch was über meine Kindheit erzählen. Hat ja voriges Mal nur über meine Schulzeit gesprochen. Da gibt es natürlich noch viel mehr. Folgendes. Ich mit, sagen wir mal, sechs Linsen, das ist der erste Moment, wo ich mich zurückerinnern könnte, da habe ich gezittert wie so ein Espenlaubaffe, schätze ich. Hatte mich verfangen in einem Stromzaun und zappelte und zappelte. Und meine Mutter klaut mich vom Boden. Und ihr war ganz egal, wie viel Strom da durchging. Sie hat ihren Löwenmutter-Instinkt genutzt und mich herausgebracht. Das war eine Rettung meiner Mutter an mir. Das war meine erste Erinnerung. Kein Wunder also, dass ich Feuerwehrmann später wurde. Da haben wir wieder die Impulse. Mein Vater war nicht da. Er war irgendwo. Er war Agrarwissenschaftler, wollte ich gerade sagen. Aber nein, nein. Er hat einfach nur bewässert. Er war Agrarbewässerer, mein Vater. Hat also immer zu die ganzen Felder bewässert. Und dann hatten die immer so einen Wagen an den Feldern und haben da gelebt. Er kam nur zu Weihnachten und zu Ostern. Zu meinem Geburtstag habe ich eine gute Umarmung meiner Mutter bekommen. Und noch eine für meinen Vater, der ihr, der sie, der, ja, um diesen Kanal ein wenig zu pushen und mich natürlich mehr in die Köpfe hinein zu fruchten, um die Impulse zu geben, zu nehmen und Austausch anzukurbeln, werde ich übrigens ab diesem Video 100 Euro Amazon-Gutschein einfach verlosen unter den Leuten, die unter diesem Video schreiben. Dann geht dieser Gutschein diese Woche hinaus. Ich werde in der Community, da gibt es ja hier bei YouTube einen Community-Menüpunkt, da glotzen, gucken, ich sagen, wer bekommen. Ihr seht, wer bekommen. Ihr könnt fragen, hat du wirklich bekommen? Ist es wahr, was Ex-Feuerwehrmann da von sich gibt? Dann er sage, na gut, gut, bekommen. Guter Mann, Ex-Feuerwehrmann. Und schon ist natürlich die Authentizität da. Und ihr könnt euch daran erfreuen, dass ich wahrhaftig bin und gut und mein Herz wieder mal am rechten Fleck habe. Wenn ich mir eine andere Region für mein Herz vorstellen könnte, bzw. wünschen könnte, würde ich mein Herz beim dritten Auge genau umändern, hinpacken, ihr wisst. Ich wünsche euch heute einen wunderschönen sonnigen Tag, gute Laune, einen guten Impuls. Oh, was weiß ich. Nächste Folge kommt alles ohne Impulse. Das war viel zu viel Impuls. Haut rein. Ich verabschiede mich mit einem wunderbaren Lied, das ich mir denke und ein wenig mitsumme. Er soll euch aus diesem Video treiben, wie ein Holzstück den Fluss entlang. Ich bin ein Holzstück den Fluss entlang. It did.